Wie gesagt, das ist die Antithese zu diesem Living for the Weekend, 40 Stunden Job und dann die zwei Tage Vorglück in der Beschränkung. Es ist eher so, ich kenne kein Weekend. Die langen Geschichte, wie wir wirklich zur Musik gekommen sind, ist, dass mein Bruder recht früh begonnen hat, sich mit Hip-Hop zu beschäftigen und über irgendwelche Internetforen so in dieses Rap-Battle-Ding reingekommen ist. Genau, also nicht nur Battle, das war dann auch viel Beat produzieren und halt rumschicken und denken, es wird was, aber das war halt irgendwie noch sehr viel Kinderzimmerproduktion. Und die Vorgängerband, also Neodiscope, war wirklich, wie soll man sagen, eine Schülerband, also wir sind alle in Birkfeld, in der schönen Oststeimark zur Schule gegangen, der Georg, und wir waren am Anfang zu viert und ist dann irgendwie so fast aus Ideen gemercht worden, die jugendlich naiv waren und irgendwie auf unserer Seite war das so das Hip-Hop-Ding und von der anderen Seite ein bisschen eher so der Indie-Rock-Aspekt. Und dann haben wir gedacht, ja, machen wir jetzt ein geiles Kollabo und das war so der Anfang. Ja, da war ein bisschen Sturm und Trann und Pubertät auf jeden Fall. Ja, es war 2007, 2008, wo ich das gestartet habe. Aber wir sind halt dann irgendwann draufgekommen, dass wir uns musikalisch in eine Richtung entwickeln, die nicht mehr zu dieser alten Band passt, also die nicht mehr zu Neodiscope, wie die Band geheißen hat, passt. Und dann haben wir uns dagegen entschieden, unter dem alten Namen weiter Musik zu machen. Und dann haben wir uns gedacht, die Fans, das waren ja da schon einige damals, die wir über die Jahre irgendwie gewonnen haben mit eben diesem Party-Ding und Halligalli und sehr auf Konfrontation und Provokation irgendwie, also immer mit einem zwingenden Auge, aber doch der Kurs, die wird man dann jetzt quasi mit EP und EP immer mehr vor den Kopf stoßen und also sagen, ja, was macht ihr jetzt? Das ist auch wirklich der hundertprozentige Bruch und neue Band und von Null starten. Also die erste EP, die vorher EP, war wirklich noch ein bisschen so die Suche nach dem Sound. Da haben wir schon ein Jahr dran wirklich herumgetüftelt, wie es jetzt überhaupt klingen soll. Irgendwie schon getüftelt und viel verworfen, aber ich würde sagen, da haben wir uns nicht so intensiv mit Musik beschäftigt wie jetzt oder im letzten Jahr, weil das war eben so, eine Band haben wir beendet, ja, machen wir was Neues. Und jetzt nicht konsequent daran gearbeitet, sondern einmal. Es war eigentlich ein reines Demo verarbeiten und dann bündeln in einer EP. Und die erste wirkliche Juno-EP, so mit dem neuen Sound, so strukturierter, war dann die König on the Land-EP. Wir wollen schon gewissermaßen collagenhaft, fast so irgendwie schichten. Also, dass wir den Bass so haben als roter Faden durch den Song und die Geschichte, die darüber erzählt wird. Und der Rest sind eben so Layers, die können jetzt Synthesign oder irgendwelche Vocal Samples, die da entstellt werden, um eben die Atmosphäre zu schaffen, dass es jetzt quasi das klassisch clean, poppig ausproduziert ist, sondern dass du eben mehrere Schichten hast, die du erhörst, aber nicht erhören musst. Wenn man es jetzt musikalisch wirklich genre-technisch kategorisieren wird, dann würde ich vielleicht irgendwie da einen Punkt mit Haus machen. Du hast so einen Hip-Hop-Background und irgendwie so Singer-Songwriter-Geschichtenerzähler-Ding. Und in diesem Dreieck findet die Musik statt für mich halt. Für mich funktioniert die Musik auf zwei Gleisen. Einerseits, dass man es so hören kann und sie denkt, okay, ist cooler Groove, kann man gemütlich mithören. Und dann im anderen Fall, dieser Bruch, wenn man dann auf den Text hin hört und sich dann denkt, was singen die eigentlich? Und dass da gewisse Spannung drinnen ist. Das ist für mich wichtig. Für dich, für dich, für dich, für dich, für dich, blutverliertig, blutverliertig, blutverliertig. Unsere Songs entstehen eigentlich weiterhin zu Hause in Oberfestritz. Ja, also komplett fertig in Arrangement-Text. Mittlerweile eigener Raum, ursprünglich das Schlafzimmerstudio, jetzt autarger Raum. Ja, wir haben uns irgendwie diese Produktionsweise, dass wir alles zu zweit machen, seit Day One, Ende Gymnasium, so beibehalten. Also wir sitzen im Regeln von wirklich nebeneinander im Studio, entweder haben wir einen halben Beat vor uns oder es sind schon ein paar Akkorde drinnen. Kann halt ein Text sein und dann hangeln wir uns so irgendwie Zeile für Zeile oder Takt für Takt voran und irgendwie alles wird gemeinsam abgestimmt. Oder dann gehen wir mal eine halbe Stunde raus und dann wird wieder quergeraden. Schaut fern in der Zwischenzeit. Schaut fern und dann… Es ist echt so ein Step-by-Step-Prozess wirklich. Ja. Und da haben wir wahrscheinlich noch mit aus dem Hip-Hop, also meistens ist es so, dass der Nicker mit irgendeinem Grundbeat oder irgendeiner Soundidee beginnt und von dem aus spannen wir dann den Song weiter. Oder ihr habt irgendwie einen Textausschnitt, der man irgendwie cool findet und den verbauen wir dann und dann arbeiten wir Step-by-Step weiter. Unsere Brüderdynamik funktioniert eigentlich relativ gut. Wir haben kaum, also eigentlich keine größeren Streitereien. Ich glaube es ist einfach deshalb so, weil wir einfach den genau gleichen Erfahrungshorizont haben und eigentlich musikalisch das Gleiche wollen. Also über kreative Entscheidungen gibt es eigentlich nie Diskussionen. Also der Albumtitel geht zurück auf eine Installation von Josef Beuys, die ich im Hamburger Bahnhof angefunden habe. Und ich finde die Aussage einfach wahnsinnig spannend und hat mannigfaltige Bedeutungen dazu. Und wie Sascha sagt, also der Satz ist einfach super stark. Wenn man denkt, wie lange das jetzt schon her ist, dass Beuys eben das Ding sich ausgedacht hat und dann irgendwie jetzt, weiß ich nicht, 40 Jahre später oder so, ist der Satz noch genauso da irgendwie. Oder es sagt viel aus, wenn nicht sogar irgendwie stärker. Ja, also wie ich es gehört habe, dass er gesagt hat, ich kenne keinen Weekend. Und ich habe gesagt, ja das ist ein geiler Satz. Man kann ja so viel reinlesen, wie er sagt. Wir haben zumindest versucht, dass wir den thematischen Bogen ein bisschen spannen oder zumindest so an. Um die Idee aufzugreifen. Die Idee aufzugreifen. Uns ist halt irgendwie wichtig, dass wenn wir, wir versuchen schon bis zu einem gewissen Grad eine Message drin zu haben. Aber ich finde es halt immer ganz schlimm, wenn Musik zu oberlehrerhaft ist. Finde ich, wenn es zu stark erklären will und es ist alles schwarz ist schwarz und weiß. Deswegen versuchen wir schon Themen aufzugreifen. Aber eben nicht so konkret zu werden. Und nicht so plakativ. Ja, viel Raum für Interpretation zu lassen. Also wir haben schon Hintergedanken, aber wir denken, wir verpacken es so. Das ist halt Barm in die Fresse. Es ist schon, dass wir irgendwie als Kern des Lieds dann meistens irgendwie ein Thema suchen. Und von dem aus dann assoziativ weiterarbeiten. Das macht den Prozess einfach einfacher. Und wir versuchen, wenn wir mit den Songs beginnen, wirklich irgendwie ein Thema zu finden, dass das… Klischeehaft beladen ist. Oder zumindest wenn wir schon so ein Thema aufgreifen, dass wir es irgendwie in Worte fassen, die jetzt sag ich eben nicht quasi Schema F, deutscher Pop entsprechen, sondern eben auch andere Ebenen da irgendwie eröffnen sprachlich und das… Genau. Ich glaube, das Schwierige bei Popmusik, also wenn man es jetzt als Popmusik verstehen wollen würde in dem Kontext, dann ist es in der deutschen Sprache einfach Formulierungen zu finden, die nicht wirklich abgenutzt sind, oder die nicht wirklich floskelhaft und kischeehaft sind. Und das funktioniert für uns am besten, wenn wir unser Thema rauspicken, dass es irgendwie frisch für uns anfühlt und dann von da aus weiterarbeiten und den Song aufbauen können. Das ist für uns schon so ein großes Ding, dass wir einfach nicht diese klassische Popmusik machen wollen, weil irgendwie alles auf den ersten Blick stimmig ist, sondern dass man, wenn man wirklich hinhört oder so einen gewissen Bruch hat, Sound und Text oder wie. Wir versuchen immer irgendwie das Zeitgeistige und das Traditionelle irgendwie zu fusionieren oder keine Ahnung, vielleicht der durch unseren ländlichen Hintergrund und dass der Nikke jetzt in Wien wohnt und diesen Bruch da irgendwie in der Musik stattfinden zu lassen. Wir nehmen viel wahr so medial und wir diskutieren halt wahnsinnig viel, was uns popkulturell oder politisch und so irgendwie da zufließt auf den diversen Medienkanälen und das zieht sich dann halt in die Musik rein, also vielleicht sehr eklektisch dann und so, aber wir versuchen halt von überall Dinge herzunehmen, sei es jetzt visuell oder die Idee gesellschaftlich und das dann irgendwie in unserer Musik dann so zu konzentrieren. Ja, unter einen Hut runter. Ja, einen großen Hut drauf zu setzen. Ja, einen großen Hut drauf zu setzen. Wir haben das sogar diskutiert, ein Feature auf das Album mit drauf zu nehmen und haben uns dann eigentlich dagegen entschieden, wenn wir wirklich mal für uns was machen wollten, wo wir das mal abschließen und einmal die Idee wohin stellen in unserer Band. Was nicht heißt, dass wir, wenn wir jetzt ein zweites Album oder eine EP mit irgendwer machen, dass wir jetzt sagen, na, wir schließen kategorisch aus, dass wir mit anderen Menschen Musik machen, also überhaupt nicht, also das kann, wie du sagst, glaube ich sehr gut funktionieren und ja, also in der Zukunft sind wir für solche Dinge auch offen. Aber jetzt wollten wir wirklich mal für uns, so zu zweit, eigenes Label, neue Band, dieses Album fertigstellen.